mir heute spiel ich wieder eine runde klassisch ich finde einfach der modus ist so geil weil hier einfach die alte pump drin ist heute ist er dabei schaut doch gerne bei ihm vorbei wie heißt nochmal dein kanal ja der fette fort der türke schaut alle bei ihm vorbei ich erste linke in der video beschreibung er heute wie gesagt eine runde klassisch epische sieg oder nicht ich habe heute nur mit so zu sagen ich weiß ich nicht ich habe heute mit einem dreier scott 24 kids insgesamt gemacht einfach krank leute ich hab uns gar leute wenn er halt drüber auf mein kanal geht halt den ersten link verlinkt weil ich mache das gar keine videos mehr aber sie können halt nicht schreiben über insta wirst du den namen einwerten von mir nein kannst du nicht einwerten geht nicht wahr nee okay dann sage ich schon ein ich sage ja also ich heiße auf insta gibt einfach ein king ja und dann geht man halt einfach schreiben dass sie welche videos wollte so challenges oder so mit hamodi und dann schreibe ich halt hamodi und dann machen wir halt das challenge dann hat das heißt der kanal schreibt mal unten in die kommentare euer instagram nach dann könnte ich vielleicht ein follow geben es gibt ja eh nur bgis und ich habe nur eingefunden ich habe schon 10 stück auf leute schaut doch über meinen kanal leute standards hat mich gekehrt das video hat erst elf aufrufe oder so schaut es ist wie du an schreibt einfach fahr die sie da an standards hat mich gekehrt dann könnte ich sehen man kann sogar bei ihm ein video sehen ihr könnt gucken sein wie du heißt ich glaube ja ich habe es gar nicht wirklich weiß ich nein man kann sogar bei ihm im video sehen wenn sie dann kannst du dich bitte kurz stunden weil ich mache hat video also ich habe ich habe mit jana so was spielt auf einmal ich gebe ihn so skal laser auf einmal wir sind nahe kam er so ich treffe so kein schuss mit attack erst mal ich komme und baule an er so hallo hier ist baule baumeister dann ich bin so skal laser konzentriert ist so kennst du das wenn er sich so konzentriert und er sagt er war so genau dann er war so ein bisschen länger ein zwei wochen neben zwei vier zwei drei wochen zwei drei wochen dann schaust du hast mich überhaupt schon abonniert kennt meinen kanal noch nicht stimmt warte ich wollte noch die pappen wo ist die pappen wo ist die pappen ähm blauen haus ich muss nie alle hechte alle hechte gesundheit gesundheit in die kommentare ich werde von hinten das die kunders am liebsten happy nun ist ein hacker ja ich bin auch ein hacker weißt du dass ich habe immer so gehackt und dann haben ich weiter gehackt und dann habe ich wieder gehackt ja auch nicht mächtig ja ja ich bin ein hacker vom hohen hat die man mit ihr schmackt und dann ist er kommt mit schockt ich habe gedacht ich habe gedacht ich habe jetzt ein heftiger springen aber da hin und 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 schlechter in weg mit nur ja das heute die gelaufen da hätte ich doch einer 321 ich habe ein kreuz aus der eine zwei erst so er ist weiter wo Oh mein Gott! Wo? Andere noch? Älte noch! Älte noch! Älte noch! Dankeschön! Danke! Junge, ich will doch keine Double-Pump spielen, ja? Halt sie gleich mit drei, vier, eins! Wo mein Kaffee? Ja, okay. Oh, ne Pappe mischt! Ah! 13. Platz, Junge, der ist voll schlecht, ja? Hat der nicht geholt? Ja, der hat mir Hatcher gegeben. Okay, Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Lass doch gerne ein Abo und ein Lektor. Aktiviert doch gerne die Glocke, um keine Videos mehr zu verpassen. Und Peace! Okay. Okay.